guten morgen ich habe seit gestern besuch von einer freundin und es ist so schön wenn wir zusammen sind da gibt es was zu lachen und wir haben uns so viel zu erzählen und ja sie nimmt mich so wie ich bin mit allem was dazugehört wir sind jetzt auch echt schon lange befreundet also wir kennen uns auch gut und das gleiche gilt auch für sie ich finde so toll dass es sie gibt und dass sie in meinem leben ist und hoch schaut mal nicht gerade sehen wo ist es denn ist gerade ein reh und noch eins scheiße na gut das muss ich noch üben ja ich bin so dankbar dass es sie gibt und dass sie in meinem leben ist und deswegen wollte ich dich animieren einem richtig guten freund oder einer richtig guten freundin heute zu sagen was sie für dein leben bedeuten wie dankbar du bist dass sie da sind und dass du so froh bist dass du sich auf sie verlassen kannst und dass du sie liebst jetzt kommt auch noch ein auto ja und mach das doch nimm das telefon in die hand ruf an schreib eine nachricht ich bin ja immer ein freund vom anrufen und sagt ihnen das einfach oder sagt ihr das oder sagt ihm das dass du sie lieb hast dass du sie liebst dass sie eine coole sau ist und dass du froh bist dass sie da sind in diesem sinne bis bald auch hier steht